Ab dem 1.3.2023, also genau morgen, stellt eBay die Gebühren für private Verkäufer ein, meine Freunde. Nein, das ist kein Glickbett oder eine Lüge, es ist halt einfach wirklich so. Grundsätzlich will ich mit euch in diesem Video beleuchten, wieso ich glaube, dass eBay sich das eigene Grab damit schaufelt, was es für Vor- und Nachteile gibt und wie ich das Ganze sehe. Grundsätzlich ist es halt nur meine eigene Meinung meiner Freunde und gerne schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr seht, welche Vorteile, welche Nachteile, wie ihr das Ganze findet. Liked das Video und abonniert den Kanal für mehr Freunde und jetzt starten wir direkt rein. Ihr habt es gehört, für private Verkäufer heißt es ab morgen, 1.3. keine Gebühren mehr auf eBay. Also das bedeutet, sie zahlen nicht mehr die 11% und auch nicht die 35 Cent, glaube ich, waren es. Ich habe schon lange nicht mehr privat auf eBay verkauft, sondern das war es einfach. eBay hofft sich natürlich einen riesengroßen Ansturm, um vielleicht dem Steuertransparenzgesetz entgegenzuwirken und oder eBay kleiner zeigen, auch etwas die Stirn bieten zu können. Und grundsätzlich wird kurzfristig definitiv auch der Fall sein, dass da ein Anstieg kommen wird, aber langfristig, meiner Meinung nach, zerschießt sich eBay damit alles. Weil wenn man mal ein bisschen logischer darüber nachdenkt, dann ist das Steuertransparenzgesetz auf eBay eigentlich am besten anzuwenden. Fürs Finanzamt, die können auf eBay am besten kontrollieren, weil alles über die Plattform abgewickelt wird, auch die Zahlung wird über die Plattform abgewickelt, also wirklich alles. Das meiste wird verschickt. Bei eBay ganz, ganz selten eine Abholung. Also wirklich, das ist halt einfach das Beste, um dieses Gesetz anzuwenden. Und nein, ich will jetzt keine Panikmache machen, sondern viel, viel mehr will ich aufzeigen, warum eBay, glaube ich persönlich, wie gesagt, das ist nur meine Meinung, hier einen ganz, ganz großen Fehler macht. Weil was passiert? Es kommen vielleicht Private und ob diese Private jetzt über das Steuertransparenzgesetz Bescheid wissen oder eben nicht, es macht keinen Unterschied. Die, die Bescheid wissen, die verkaufen halt nur in Anführungszeichen maximal die 2K oder diese 30 Artikel und die, die nicht drüber Bescheid wissen und irgendwie drüber kommen, die werden ein Problem bekommen beziehungsweise da wird es dann halt so sein, dass die halt mehr verkaufen, weil sie es vielleicht nicht wissen und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und dann halt Post bekommen und dann das auch wieder einstellen. Das bedeutet, kurzfristig verschafft sich eBay vielleicht hier einen massiven Push, den sie wollen, um die Zahlen ein bisschen zu schönen, aber langfristig wird es meiner Meinung nach wie folgt aussehen. Es gehen immer mehr Gewerbliche weg, weil sie sagen, okay, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr Konkurrenz fähig sein, weil die gar keine Gebühr mehr bezahlen, die können uns so drücken. Ich gehe von der eBay-Plattform komplett weg. Also sie verlieren eine Kundschaft, die in laufend Geld generiert hat, nämlich sehr, sehr viele Gewerbliche und es werden auch Große sagen, okay, auf das habe ich jetzt gar keinen Bock mehr und die verziehen sich. Weiterer Folge wird es wie vorhin eben gesagt so sein, dass die, die neu gekommen sind, sich draufgekommen sind, hey, ich kann ja nur 30 Artikel oder 2K verkaufen, wenn es dann irgendwie mit den Finanzamtproblemen gibt, stellen sie das wieder ein. Sie geben halt wirklich fixe Kunden ab, große Händler, die sich verziehen. Also es überlegen so viele jetzt, dass sie halt wirklich weggehen. Holen sich Leute, die aber langfristig entweder nicht wissen, was auf sie zukommt, wenn sie zu viel verkaufen oder das wissen und eh nur diese 2.000 Euro sozusagen umsetzen können. Und das Heftige ist, sie bekommen ja gar nichts an Gebühren von den Privaten, weil sie es ja abgeschafft haben. Das ist meiner Meinung nach ein Teufelskreis. Was ich, also natürlich, Ebay vielleicht wird sich was dabei gedacht haben oder eben auch nicht, das weiß ich nicht, weil es ist ja 2001 das erste Mal, dass sowas passiert und Deutschland sind auch die Vorreiter. Ich weiß nicht, ob sie sich, also ich denke, sie haben sich was dabei gedacht. Es sind viele große, äh, nicht viele große, sondern viele schlaue Leute auch dort im Vorstand, hundertprozentig, die haben das sicher durchkalkuliert und besprochen, aber ich verstehe nicht, was das Ebay langfristig bringen soll. Gerne, wenn Ebay dieses Video sieht, kommentiert sie. Ich würde mich übelst freuen, wenn ich da eine Antwort bekomme, weil wäre es denn besser gewesen? Ich will mich jetzt nicht hier hervorheben, vielleicht liege ich auch komplett falsch, deswegen ballert es in die Kommentare. Es wäre doch meiner Meinung nach besser gewesen, zu sagen, okay, ich senke die, äh, Verkaufsprovision für Gewerbliche ein bisschen. Warum? Es gibt viele große Unternehmen, die lange, das kann man nachschauen, die lange auf Ebay verkauft haben, aber dann gesagt haben, okay, die Gebühren, die gehen sich für uns nicht mehr aus und sind weggegangen von Ebay. Würden sie diese Gebühren von, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal auf sieben Prozent senken oder auf sechs Prozent senken, dann würde Folgendes passieren. Es würden mehr Gewerbliche auf die Plattform strömen, es würden auch vielleicht mehr Private, die schon immer wieder verkauft haben, wegen dem Gesetz dann sagen, okay, jetzt melde ich ein Gewerbe an, jetzt lohnt es sich für mich und langfristig würden sie sich eine ganz, ganz große Händlerschaft aufbauen, die auch Geld bringt, weil die neuen Privaten sozusagen, die bringen ja gar kein Geld, weil die Gebühren ja nicht da sind. Wenn es jetzt bei den Gewerblichen auf sieben Prozent zum Beispiel geht, dann würden so viele sagen, okay, da gehe ich wieder hin oder ich mache meinen Job wieder auf oder solche Dinge und langfristig würden sie mehr Geld verdienen und vielleicht auch dann wieder mehr Käuferschaft auf die Plattform ziehen, weil es ein größeres Angebot gibt. Das ist also meine Meinung zu diesem Thema. Ich verstehe nicht, wieso sie das andersherum machen, was sie sich da versprechen oder ob sie auf einmal sagen, wenn sie wieder genug private irgendwie Accounts haben, machen wir doch wieder Gebühren. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein sehr spannendes Thema, was sie sich dabei gedacht haben. Meiner Meinung nach ist das ein Self-Kill. Ich will das nicht so heftig sagen, aber kurzfristig gesehen kann man es so machen, langfristig gesehen könnte es die Plattform umbringen, meiner Meinung nach. Ich finde es halt ein bisschen sad, weil auch Leute, die halt sagen, okay, jetzt hören das irgendwie in den Nachrichten, weil es ja überall, ich werde durch die Bank, jetzt haue ich mich bei eBay mal rein und verkaufe sehr viel von meinem privaten Zeug, vielleicht auch Rentner oder so und die von diesem Steuertransparenzgesetz gar nichts wissen und ins offene Messer laufen, natürlich Unwissenheit schützt für Strafe nicht, aber das kann ja sein, dass die das gar nicht fortsätzlich machen, sondern einfach nur denken, okay, cool, jetzt gibt es da keine Gebühren, und ich mache mir ein bisschen ein Hobby, informieren sich halt nicht, ihr kennt das doch und dann laufen sie dem Finanzamt in die Arme und das hat auch meiner Meinung nach sehr, sehr wenig Sinn. Also es ist wirklich eine kritische Geschichte, was eBay da gerade macht. Das ist halt meine Meinung, wie gesagt, nur nochmal, es ist meine Meinung zu diesem, zu diesem, es ist ja kein Gesetz, zu dieser Änderung ganz genau, Freunde. In diesem Sinne, gerne schreibt mir mal in die Kommentare, was sich ändern wird, was ihr denkt, dass sich ändern wird. Ich denke halt, dass schon einige Private wieder zurückkommen werden, aber schlussendlich wird es vielmehr so sein, dass viele Gewerbliche auch weggehen von eBay, sich andere Plattformen suchen, Webshops suchen, vielleicht auch zu Amazon gehen, was weiß denn ich, und eBay dann massive Umsatzeinbrüche hinnehmen muss und schlussendlich wieder zurückrudert. Das glaube ich, wie gesagt, das ist nur meine Meinung. In diesem Sinne, hoffe ich, dieses klitzekleine Video hat euch gefallen, konnte euch ein bisschen aufklären, Freunde, ab morgen geht es los für die Privaten. Keine Gebühren mehr, gar nichts mehr, Freunde. Ja, lasst mal so stehen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, euer Remy. Ciao, ciao.